Ein Wanderer macht mitten in Brasilien eine gruselige Entdeckung, aus Versehen. Manchmal warten unerwartete Entdeckungen an den unwahrscheinlichsten Orten auf uns. Tief im üppigen Dschungel und in der zerklüfteten Landschaft Brasiliens machte ein Wanderer kürzlich eine erschreckende Entdeckung, die sich nicht erklären lässt. Begib dich mit uns auf eine Reise ins Unbekannte und lüfte die Geheimnisse hinter den gruseligen Entdeckungen die ganz normale Menschen auf der ganzen Welt zufällig gemacht haben. Nummer 8 Menschenähnliche Mutantenkreatur Einheimische stießen zufällig auf dieses seltsame Tier, das am Ufer herumlungerte und natürlich waren sie ziemlich erschrocken. Doch dann beschloss eine mutige Person ein Foto mit dem mysteriösen Tier zu machen. Als die Person es aufhob, begann das seltsame Meerestier, seinen Kopf und seine Gliedmaßen zu bewegen. Der Kopf der Kreatur sah seltsam menschenähnlich aus mit etwas, das wie Arme und Beine wirkte. Und dann kamen die Verschwörungstheoretiker, die davon überzeugt waren, dass es sich bei dieser Kreatur nicht um irgendein Meerestier handelt, sondern um einen Außerirdischen, der sich in unseren Meeren versteckt. Einige dachten, dass diese seltsame Kreatur nur ein mutierter Schwamm oder Seestern sein könnte und dann gibt es noch die Skeptiker, die sagen, das Video sei wahrscheinlich nur erfunden, um Aufmerksamkeit zu erregen. Nummer 7 Eine mysteriöse Kreatur vor dem Haus gefunden Eine amerikanische Frau bekam einen Riesenschreck, als sie zufällig diese gruselige Entdeckung machte. Sie sah eine seltsame, achtbeinige Kreatur vor dem Haus ihres Freundes. Halligraf aus University Place Washington flippte aus und wandte sich schnell an Facebook, um Hilfe zu bekommen. An einem Mittwochnachmittag postete sie ein paar gruselige Fotos von der Kreatur und fragte, was um alles in der Welt ist dieses gruselige Ding? Vielleicht ein Alien? Kann jemand helfen? Zum Glück kam Rob Crawford, ein Spinnenexperte, vom Burke Museum of National History and Culture in Seattle zu Hilfe. Er identifizierte die Kreatur als Falt-Türspinne und erklärte, dass sie ein bisschen wie die berühmten Fall-Türspinnen sind. Sie halten sich normalerweise unter der Erde auf, weshalb sie den meisten Menschen nicht bekannt sind. Nummer 6 Ein 15-jähriges amerikanisches Mädchen, das 2007 Brasilien besuchte, machte zufällig ein Foto von dieser seltsamen Gestalt mitten in Brasilien. Der Kryptozoologe Lauren Coleman hat versucht, die Kreatur zu identifizieren. Das junge Mädchen war überrascht von dem, was sie sah. Eine Kreatur mit einem schädelähnlichen Gesicht und teufelsähnlichen Hörnern auf dem Kopf. Könnte es sich um eine Art teuflisches Wesen handeln oder etwas ganz anderes? In griechischen Geschichten gibt es Kreaturen, die Satyren genannt werden und halb Ziege und halb Mensch mit Hörnern sind. Bei den Römern gibt es ähnliche Geschichten über dämonisch aussehende Kreaturen. Einige Leute meinten, es sei nur ein Streich oder nicht echt. Sie behaupteten, die Kreatur auf dem Bild sei nichts anderes als ein Muschelfischer, denn die Gegend ist dafür bekannt, dass viele Muschelfischer abgelegene Gebiete als ihre Hotspots nutzen. Aber diese Kreatur sieht nicht wie ein Mensch aus. Es scheint etwas in der Hand zu halten, vielleicht ein Baby oder eine Waffe? Nachdem das Foto online gestellt wurde, versuchten viele Experten herauszufinden, was es ist. Manche meinten, es könnte ein Mensch sein, der mit Schlamm bedeckt ist. Aber das Gesicht und die Hörner passen nicht zu dieser Vorstellung. Was denkst du, was es ist? Nummer 5. Seltsames Tier Am Diggers Beach in der Nähe von Coffs Harbor stießen die Leute auf eine seltsame Kreatur, über die sich alle den Kopf zerbrachen. Peter Atkinson, einer der Einheimischen, der es zufällig fand, war verblüfft. Andere meldeten sich mit ihren Ideen zu Wort. Einige hielten es für einen Affen, andere für ein Faultier. Selbst die Experten des Taronga Zoos waren ratlos. Doch dann schlug Lawrence Orrell vom National Park and Wildlife Service vor, dass es sich um ein Opossum mit Bürstenschwanz handeln könnte. Der pelzige Schwanz war ein wichtiger Anhaltspunkt. Leider wurde die Kreatur ins Meer zurückgespült, bevor wir mehr erfahren konnten. Die Leute vergleichen es mit dem Montauk-Monster aus New York. Nummer 4. Seltsame Kreatur mit zornes Schweingesicht Zwei Krankenschwestern, die mit ihrem Hund Sam spazieren gingen, stießen in einer ruhigen Nacht im Norden von Ontario, Kanada, auf etwas Seltsames. Sam schnupperte an etwas Dunklem und Pelzigem, das im Wasser lag, und zog eine seltsame Kreatur heraus. Es war etwa einen Meter lang, hatte ein weißes Gesicht ohne Haare und gruselige Reißzähne. Die Krankenschwestern machten ein Foto von der Kreatur und ließen sie dann dort liegen. Im Internet begannen die Leute zu raten, was es sein könnte. Einige meinten, es sähe aus wie ein Otter. Andere dachten, es könnte ein Wildschwein oder ein Wiesel sein. Einige dachten sogar, es könnte ein kleines Seemonster oder mal wieder ein Chupacabra sein, ein Fabelwesen aus der spanischen Folklore. Andere dachten, es könnte eine Kreatur aus den Geschichten der amerikanischen Ureinwohner sein, wie der Oma Jinakos, der Unglück bringen soll. Nach ein paar Wochen fand ein Forscher namens Blake Smith heraus, was es wirklich war. Er verglich die Kreatur mit Tieren, die in der Gegend leben, wie Bisamratten, Ottern und Nerzen. Ein anderer Forscher, Lauren Coleman, stimmte ihm zu. Sie fanden heraus, dass es sich um einen amerikanischen Nerz handelte. Wahrscheinlich war er in den See geraten und hatte sein Fell im Gesicht verloren, sodass er seltsam aussah. Das Mysterium war also doch kein Monster, es war nur ein stinkender Nerz. Nummer 3. Unbekannte Meereskreatur Stell dir vor, du schlenderst an einem Strand in Mexiko entlang und plötzlich fällt dir etwas ins Auge. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein altes Stück Seil, aber bei näherem Hinsehen erkennst du, dass es sich um eine seltsame Kreatur mit einem breiten Kiefer und scharfen Zähnen handelt. Dieser merkwürdige Fund wurde an der Küste von Sinaloa in Mexiko angespült und von einer Frau namens Beatriz Morales Azona entdeckt. Sie teilte Bilder der Kreatur im Internet und löste damit eine Menge Verwirrung und Spekulationen aus. Einige hielten das für eine Seeschlange oder einen Aal. Andere scherzten sogar, es käme aus dem Weltall. Azona erklärte, dass, als sie es zum ersten Mal sah, alle dachten, es sei nur ein weggeworfenes Seil. Erst nachdem sie Fotos gemacht hatte, wurden die Leute neugierig. Leider überlebte die Kreatur nicht lange, nachdem sie gefunden wurde. Experten identifizierten es später als einen Tiefsee-Eidechsenfisch. Eine Fischart, die in warmen Meeren auf der ganzen Welt vorkommt. Diese Fische haben einen Kopf, der ein bisschen wie eine Eidechse aussieht, mit einem großen Maul voller scharfer Zähne. Auch wenn er wie aus einem Science-Fiction-Film aussah, stellte sich heraus, dass diese geheimnisvolle Kreatur ein faszinierender, aber sehr realer Bewohner der Meerestiefen war. Unser Planet beherbergt viele merkwürdige Pflanzen. Vor kurzem wurde ein Foto einer beunruhigenden Pflanze im Internet gepostet, das für Aufregung sorgte. Ein Strandbesucher teilte ein Bild der ungewöhnlichen Pflanze auf Facebook und viele glaubten, dass sie etwas Außerirdischem ähnelt. Experten klärten jedoch auf, dass es sich lediglich um eine Unterwasserpflanze handelt. Diese merkwürdige Pflanze, die einer außerirdischen Kreatur ähnelt, wurde mitten an einem australischen Strand entdeckt. Jemand machte Fotos und teilte sie auf der Suche nach Antworten auf Facebook. Der Beitrag erhielt zahlreiche Likes und Kommentare. Einige waren erstaunt über das Aussehen der Pflanze und meinten, sie könnte von einem anderen Planeten stammen. Andere hielten sie für eine Seetulpe. Sie erklärten, dass diese in Australien weit verbreitet sind. In einer humorvollen Bemerkung verglich eine Person die Seetulpe mit einem Gehirn, an dem noch eine Wirbelsäule hängt. Seetulpen haben verschiedene Farben wie Orange, Lila, Gelb und Rosa. Ihre holprige Textur kommt von den Schwämmen, die auf ihnen wachsen. Im September 2023 geschah etwas Seltsames und Unerwartetes an der Küste von Papua-Neuguinea. Die Menschen auf der Insel Simberi fanden eine seltsame Kreatur. Manche meinten, es sähe aus wie eine Meerjungfrau, aber Experten hielten es für ein Meerestier. Sie konnten nicht genau sagen, was es war, weil es zu sehr verwest war. Das heißt, zu alt und es zerfiel. Also vergruben sie es, ohne genaueres herauszufinden. Einige wie Eric Hoyt und Jens Curry vermuteten, dass es sich bei dem Tier um einen Dugong handelt, einen häufigen Bewohner der flachen Gewässer bei Simberi Island. Die Wissenschaftler nannten es einen Globster oder Blob, weil es schwer war herauszufinden, was es war. Andere vermuteten, dass es ein Wal oder ein Delfin sein könnte, aber sie waren sich nicht sicher. Man hat schon andere seltsame Kreaturen an Stränden gefunden, wie das Montauk-Monster und haarige Kleckse auf den Philippinen und in Russland. Aber trotz all dieser Entdeckungen wissen wir immer noch nicht, was die Kreatur auf Simberi Island wirklich war. Vielleicht war es eine Meerjungfrau, wie einige Leute auf Facebook dachten. Oder vielleicht war es nur ein sehr altes Meerestier, das an die Küste gespült wurde. Vielleicht werden wir es nie mit Sicherheit wissen. Welche dieser Entdeckungen hat dich am meisten erschreckt? Lass es uns im Kommentarbereich unten wissen. Abonniere und like das Video. Schau dir unseren Kanal für weitere interessante Filme an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!